8 heute mit dalukat und meiner freundin die gerade noch nicht anwesend ist aber die kommt gleich hallo hallo das passt zeitlich das passt ja sie kommt gerade hallo hallo hier das rennen verpasst oh nein jetzt sitze ich nicht richtig oh nein nicht in rennposition wie konnte war luigi das denn passieren der ist erst losgefahren und hatte dann einen fehlstand ich weiß auch nicht habe ich auch gesehen er musste ja war einfach nur ein lag aber sah voll witzig aus geht er mir erstmal in den panzer rein nephia ist hier und noch eine nein den hat er danach gewesen den hat der chris abgekommen da ist lakito lakito ich mag die musik hier ich finde hier gibt es eine der größten abkürzungen in den ganzen strecken wenn du nach dem ziel den pilz hast habe ich mir noch nie getraut zu fahren nein nein nach dem ziel nicht die hier nach dem ziel gibt es einmal eine wiese und da kannst du einmal links drüber fahren dann nimmst du zwei kurven lässt du damit aus ja da ist der roter mir vorbeigezischt auf dass er nicht wieder runtergefallen glaube ich gerade machen die gerne ich habe da ein trauma von zack da kommt ein boomerang und eine rote und ein ach fuck und ich fahr mit einem pilz in morten rein darf man das nicht wenn nicht wenn er drei panzer um sich drum hat ich war gar zweit und wurde 15 mal abgeschossen 15 nachgezählt mit allen items mit einer acht mit einem stern mit panzer boomerang auch noch hinterher wo seid ihr denn alle ja hier mittelfeld geht es richtig rund nein ich fall da immer runter ach da da ist auch eine rampe jetzt erst ja genau die abkürzung ist super ich glaube ich riskier es jetzt ich nehme jetzt ein fragezeichen und fahr über die wiese das kriege ich zwei pilze zwei pilze ja ich habe direkt gespamt achso ich hätte auch drei bekommen ich hätte das auch machen können und schon bin ich wieder vierter ist man wieder im rennen jawohl mit windschatten den boost bekommen also ich finde es gerade sehr entspannend ja du bist der erste total dieser scheigei nur weil sie sich nicht traut zu schießen das gibt mir ein stern oder was will ich mit dem bummerang als letzter was will ich mit dem bummerang als letzter hier woher kriegst du noch ab mein freund wooo vierter super oh god kann mir was vom bummerang von hinten Cool, Lakitu vorne. Ja, von wegen hier, die Leichen können nix. Sieht man selten. War gut abgesprochen, als sie weg war. Ja, 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 ja. Wartest du ab? Ach, der Lakitu. Wir haben extra die anderen nur abgeschossen. Ja, immer gewartet und ausgewandt. Verschluck dich nicht. Alles okay? Lebst du noch? Nicht verschluckt. Pass nach sich bitte, Jakob. Okay, Viktor. Okay, Viktor. Lass nicht vor. Ich bin etwas nervös. Was ist hier? Wer hat nicht ausgewählt? Der Orangene und der Schwarze. Die Bonenstange da, die riesige Bonenstange. Der ist voll groß, der Orangene. Das war ein mieser Verschlucker. Der Viktor regt sich auf. Willkommen. Willkommen. Was hat Dablu denn genommen? Ach, Cheep Cheep Strand. Wow. Tic-Tac Trauma. Beim Cheep Cheep Strand wollte ich die Luma mit einem roten Panzer abschießen. Und der Cheep Cheep hat den roten Panzer abgefangen. Ja, diese Krabben machen das auch immer. Bo Ätzen. Da ist so nix hier auch. Was? Wann geht's denn hier los, Lakito? Alle mit den Willers flixieren. Lakito ist heute ein bisschen langsamer. Lakito hat der Lu noch zugezwinkert, ich hab das gesehen. Die ist schon mal zwei losgefahren. Tja. Ah, an Morten, du Sau. Ach, der Gong. Ach ne, der Gong macht gar keine Geräusche. Das war nur ganz so passend. Mit welchem Item kommt man den Gong nochmal weg? Man, nur mit dem Stern, ne? Ja. Dann flippt der so zur Seite. Erst wurde ich mit dem Stern überfahren. Dann mit einer roten abgeschossen. Dann mit einer Feuerblume beschossen. Jetzt darf ich weiterfahren. Jetzt? Und du bist immer noch weiter als ich wahrscheinlich. Ne, ne. Ich bin jetzt hinter dir. Aber du hast drei Pilze und ich hab drei rote. Jedes Mal, wenn du einen benutzt, schieß ich auf dich. Nein! Au! Oh, was? Drei rote, sagt er. Er hat grüne, ey. Der verarscht ja immer. Die Feuerblume, mein... Ach neins. Ausgehebelt hat. Was hat sie ausgehebelt? Meine Banane. Also, die Feuerblume. Die fressen das. Achso, die Banane. Ja, gut. Die hat voll ignoriert. War der voll egal. Wow, da kommt ein Blauer. Oh, der Blaue kann den Gong auch bewegen. Wow! Das war knapp. Oh nein! Da war schon der Erste? Was ist denn Henker? Was war... Hast du das gerade, Dardo, der da runtergefallen war? Ja, wenn der Gong dich nämlich... Also, wenn du den Gong triffst, dann lenkst du so komplett krass nach rechts oder links. Ja. Wolltest du direkt stehen bleiben. Das hat auch nichts gebracht. Ah, jetzt gibt's doch nicht, ey. Jetzt fahr ich hier ne Runde auf dem Ding. Oh, shit. Ja, auf dem Drehding da getroffen zu werden ist... Warte, ist das eine Abkürzung? Ja, das war... Oh, die Zeiger sind eine Abkürzung. Das merk ich jetzt erst. Ja, ja, aber es ist zu viskant. Was? Aber mit nem Pilz war gut. Oh, Leute! Hey, was ist hier los? Die lassen nix. Die Kinder greifen. Die Kinder. Kinder. Scheidei, Plakete. Was ist denn nicht hier? Was? Warum? Der hat die falsche Richtung gelenkt! Ey! Was war das denn? War nicht mal mein Bumerang, der für mich war. Ja, wichtig. Ne, du hast ja auch nicht getroffen mit dem Bumerang. Die grüne kam von vorne. Das war's. Kommt noch der Stern wieder, ne? Ne? Da ist er nämlich schon hinter mir und ich krieg nen Pilz. Oh, nein! Bombe! Der Stern ist genau dann aufgehört, als die Bombe explodiert ist. Das ist natürlich tragisch. Das ist echt tragisch. Ach, guck mal, Dallo. Ja? Wohin? Nein! Ich fall grad runter. Ich riskier mal hier was. Wolltest du mal nen Zeiger fahren? Hab ich sogar. Aber ich bin auf dem falschen Zahnrad gelandet. Ich bin neunter, ist das der letzte? Sechster, fünfter. Das neunte ist glaube ich, zehnte ist der letzte. Ja, danke. Neunter, neunter ist ja richtig schlecht. Zehnter sogar. Oh Mama. Ach, ich bin aber nicht letzter, das ist schön. Ich war besser als ihr alle. Das ist das wichtigste. Vorne im Yoshi und vorne hinter? Bist du Erste? Hä? Bist du Erste? Nein, Fünfter. Achso. Aber ich bin trotzdem besser als ihr. Das einzige, was zählt. Besser gibt's in Mario Kart nicht. Es gibt nur Glück. Wenn ich gewinne, bin ich besser. Das hat nichts mit Glück zu tun. Oh ja, ich glaub das wird... Bis jetzt, äh, der Cheep Cheep schlappt. Ich weiß nicht wie. Hallo Stefan. Wir tanzen voll ab. Bei Dalu, du tanzt wahrscheinlich nicht, das ist immer anders. Ja. Dalu sagt Tschüss. Tschüss. Der Viktor. Immer regt er sich auf. Gute Nacht. Das ist voll dumm, weil wenn du jetzt Tschüss hast, kannst du nicht abhauen. Du kannst B drücken, aber... Du musst Tschüss sagen, bevor alles ausgewählt ist und dann abhauen. Wenn alle schnell auswählen, kannst du theoretisch nicht Tschüss sagen. Und dann gehen. Die Lobby ist irgendwie komisch geregelt. Ja, das sind ja diese Standard-Emotes. Das ist ja nicht nur für Mario Kart 1. Ja, ja. Das kannst du ja überall sagen, diese Sätze. Deswegen gibt's auch... Lass uns noch warten. Lass uns noch warten. Der Cheep Cheep-Strand. Direkt nach vorne rechts. Was? Da steht so ein Lakitu, ne? Was? Hier gibt's doch auch Shy Guys zum Wegbumsen. Oh, Losalina, ey. Du blockierst mich doch hier bei meinen Fahrkünsten. So, Viktor. Er hat sich wieder beschweren nachher. Oh nein. Oh gut. Oh, die... Das fährt er über die Wiese. Das war richtig. Da hat das Spiel nicht verstanden. Da kriegt er kein Item. Über den Sand darf man fahren, über die Wiese nicht. Oh, Cheep Cheep. Oh, alle fahren unter Wasser, ja? Der Wasser ist... Ich weiß nicht, ob's schneller ist. Weiß nicht, ob's das bringt. Also... Doch, auf jeden Fall ist die Strecke da kürzer. Ah, was? Ich hätte gewartet, bis ich die Banane ablege. Die Sau. Ja, hat er... Ah! 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 Ah, das war mies. Ich hab auch zwei Panzer abbekommen. Ich sag dazu nix. Ich auch nicht. Wer die wohl geschossen hat. Wer die wohl geschossen hat. Oh! 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 Ja, ja. Ich weiß nicht. Das ist wieder der Victor. Ja... Nu, geh weg! Oh Gott! Oh! Nein! Oh! Das hat mir voll nichts gebracht, weil ich selbst dann noch abgeschossen wurde. Einen roten Panzer abbekommen, dann kommt ein Bob-Omp. Alles wird gut. Ja, jetzt... Das Rennen ist gelaufen. Mittelfeld. Das traurige Mittelfeld. Hallo, wie ist du vorne? Angenehm, aber hier ist immer noch ein Kampf. Also hier sind auch voll viele. Ich weiß nicht, wie viele ihr da so habt. Aber bei mir sind auch... Also fünf Leute fangen hier wirklich ganz am Anfang. Dann ist das Feld sehr nah beieinander. Ja. Also ich bin jetzt grad Erster gewesen und jetzt bin ich wieder Fünfter und jetzt wieder Zweiter. Hier betteln sich alle Kopf an Kopf. Oh, der hat ne Bombe. Oh, ich glaub ich bin jetzt auch da, ja. Oh nein! Der Victor! Richie, lass den Bob-Omp doch fallen! Lass ihn fallen! Ohhhh! Ohhhh! Das war's ey! Kommt der Grüne her! Wie soll das? Sogar Lakitu ist jetzt. Jetzt ist es vorbei. Ohhhh! Sogar! Sogar! Oh, Blitze! Oh, der ist selten online. Jetzt gib mir hier ein paar Pilze. Hab ich ja irgendwie was. Was, womit ich arbeiten kann spielen. Jetzt hätt ich gern mal Pilze gehabt und ich krieg ne rote. Alle haben Pilze bekommen, nur da du nicht. Und da kommen sie alle! Wir fangen hier vorbei. Alle hatten sie Pilze. Es war wirklich so. Im Wasser hatten sie grad alle Pilze an. Hallo! Hör doch mal auf damit! Und ich krieg als letztes Item wieder nur den abgefuckten Bummer rein, ey. Oh, ich will keine grünen Dosenpunter. Einen hebe ich mir jetzt noch auf für Nefis. Nein, hau ab! Au! Haaa! Au! Geh weg hier! Hau ab! Jetzt noch Lakitu? Nein! Zehnter geworden, ey. Achter. Das war ja, das war ja schrecklich. Minus gemacht hier. Minus. Ich war die ganze Zeit erster gewesen. Aber im Wasser war echt jeder hatte drei Pilze um sich herum. Und auf einmal war Dadu da. Hä? Was ist hier los? Königliche Rennpiste. Ich finde es interessant, dass das bei euch schneller lädt als bei mir. Echt? Ja, ja. Ich seh die Maps auch aufm Fernseher nicht schneller. Muss über die Capture Box gehen oder so. Ich hätte dir ja gesagt, im Video sieht man bei dir die Map Auswahl auch nicht. Ja, doch. Später aber erst. Ja, ja. Wenn alles schon ausgewählt ist irgendwie. Das ist komisch bei dir. Ja, weil bei mir ist es auch dann erst da. Na kommt schon Leute. Mit Bewegungssteuerung. Mit Bewegungssteuerung. Dalu hat mir erklärt, dass das goldene Linkrad davon kommt, wenn du nur mit Bewegungssteuerung kommst. Ja, ich hab's. Hab's geguckt. Du guckst unsere Videos. Ja. Das finde ich gut. Immer weitermachen. Jawoll. Hatten wir doch... Ne, hatten wir nicht. Ne, ne, die hatten wir noch nicht. Stimmt. Die Stampede Strecke hatten wir noch nicht. Die Stampede Strecke hatten wir noch nicht. Die Stampede Strecke hatten wir noch nicht. Gut, ist wieder ein Player dabei. Sogar zwei. Der ist ja bis jetzt immer ein letzter geworden. Da war ein neuer noch. Noch ein neuer dazu. Das ist jetzt das Rennen 3, ne? Ich glaube ja. Ja, ich auch. Da ist Lakido wieder. Da sagst du den Turbo... Ah, Dalu! Alle weg! Ich hab keinen Turbostart hinbekommen. Dalu vermuzzelt ihn hier. Das ist ein ganz blödes System bei mir. Weil ich... Oh! Pass auf, ich hab ja durch die Capture Box ist mein Bild auf dem PC erverzogen. Deswegen hab ich da auch einen Delay in der Stimme. Und ich höre auf den Sound. Und dann drücke ich halt immer zu früh. Dann geht's ja noch gar nicht los. Wow! Wenn der rote Panzer... Manchmal hängt der Kilometer weit hinter dem Spieler, wenn er bis der rote Panzer mal zuschlägt. Dann klebt er den so am Hintern. Hinter mir ist gerade Party. Jetzt hat er so ne Blume. Ich will da nicht hin. Oh Gott, was krieg ich da, damit er mich wieder abschießen kann? Ich hab 10 Münzen. Ich glaub du nicht, weil ich hol auch... Oh, da muss er vorbeifahren. Achso! Ich muss an der Kuh vorbeifahren. Äh, waaat? Oh, jetzt ist es wieder geruckelt. Ja, jetzt hat es gerade bei uns geschehen. Aber das ist ja... Sind wir gewohnt. Aber nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Bei der Rainbow Road. Echt so ein... Also richtig auf der Konsole? Ja. Mhm. Das ist aber Fraps. Das ist mein PC. Fraps bremst das so krass aus. Achso, ihr seht es ja nicht über Fernseher. Ah, nein! Da kommt was für dich. Jaja, ich bleib vor dem Fragezeichen stehen extra. Dang it. Weißt du, so kann er nur gewinnen. Ein blauer Panzer. Ich war das nicht? Ja, und dann auch noch... Und die Banane! Ach, du hast die Kuh angezündet. Nein, das bin ich doch nicht. Erstmal Steak, ey. Das bin ich doch gar nicht. War das Morten oder was? Ich glaube schon. Ne, Morten hatte den Schubser. Wer ist denn das mit den Feuerbellen die ganze Zeit? Ich war das jetzt. Da Morten fährt auch noch vorbei. Oh, das ist die dritte Runde. Morten, komm her! Komm schon, Blume! Komm schon! Na, ne. Komm. Oh, verdammt. Dang it. Erstmal hupen, damit die alle wieder springen. Ach, mir geht jetzt nicht. Das ist mir so geil. So ein Mist. Aber wir halten uns immer im oberen Feld auf. Das ist schön. Lu wird immer fünfte. Und ich hab da noch immer fünf Münzen. Fünfter, fünf Münzen. So, was haben wir denn hier? Ach, komm, nehmen wir den. Ne, da Lobby stimmt auch. Ist da Varius Piste dann, oder was? Ne. Nämlich den Dschungel. Siehst du genau, oder? Ich kann hier auch hupen können, eigentlich. Im Fass hast du gefragt, da kommen Bananen raus, wenn du die mit einem Panzer abschießt. Ja, aber die musst du abschießen, ja. Deswegen drehst du dich wahrscheinlich auch, wenn du reinfährst. Dann kriegst du wahrscheinlich die Bananen ab, oder so. 1.600, ey. So ein Nerd. Eigentlich ist das ja wirklich nix, ne? Das ist echt nix, wenn du ordentlich spielen würdest. Ja, genau. Ich hab schon Leute mit 4.000 ausgesehen. Ich find das hupen toll, dann hüpfen sie alle. Interessant, aber nur bei euch. Was? Achso, du siehst das nicht? Richtig. Traurig. Ah, geh weg! Nein! Nein! Das war jetzt richtig kackig. Auf dem Trampolin wurde ich abgeschossen. Also genau beim Absprung. Alle überholt hier! Und alle überholen dich jetzt wieder, weil alle jetzt selber Windschatten haben. Ich bin von allen weggeschubst. Oh, hallo! Nein, der Frosch! Oh, der ist gerade weggesprungen, der Frosch. Der ist gerade weggesprungen. Noch bist du nicht sicher? Ich hab noch einen Bumerang. Ich merks schon! Hau ab! Gott, der Bumerang, ey! Mittelfeld ist so schlimm. Hast du jetzt gefallen, Dalu? Weißt du das? Ja, ich bin zu früh in die Kurve gegangen. Ja, ich bin auch zu spät rein. Also ich bin hier auf der anderen Seite runtergefallen. Welches Fragteil, willst du das? Ja, das nehm ich. Ah, ne Acht. Oh Gott, er hat die Acht. Boah, aber wir schießen erstmal alles einfach ab. So. Ja, das lustig ist, wenn du die Acht komplett durchspamst, dann gehen die Sachen alle untereinander kaputt. Ja. Weil der Grüne langsamer ist als der Rote, dann schießen die beiden sich schon mal ab. Dann noch die Bombe rein. Nein! Oh, hier sind sie alle wieder. Oh, hier ist es. Morten. Hört ein Huh. Ah! Oh, was? Das hat nicht mehr... Ich kann diese Weichheit von der Trote hier einschätzen. Ah, wo bin ich? Oh! Die Abkürzung von dem Dschungel hier finde ich auch ein bisschen alt zu fahren. Das ist ja... Aber das ist ne Abkürzung, da brauchst du nix für. Ja, du musst aber ganz doof da rein driften. Was hast du hier, Lakito? Mach auf damit! Geh doch mal weg hier! Geh doch mal jetzt nach Hause! Morten! Was ist das denn? Oh, roter Bein... Ja, natürlich! Ja, natürlich! Danu und mich hat's getroffen, ey! Jetzt sehen sie alle, die abkür... Oh, Danu! Was denn? Du bist bei mir an der Kante hängen geblieben! Das ist so aus, als ob du noch fällst. Ne Banane als Siebter, da sind wir ja fast wieder erst. Ach komm, ey, ich bin nur Achter hier. Du musst ein paar Plätze zu weit vorne, da müssen wir noch was machen. Die Lu, ne? Ah, nein! Da jetzt kriegt sie den Fünften wieder. Feuerbälle, Lu! Nein! Ohoho! Wissen Sie, ich gibt's gar nicht mal so nett. War so gut. Mario Kart gibt's kein Nett. Da gibt's nur Krieg. Also, weißt du? Ich meine, gegen die... Ohoho! Komm, ein bisschen aufholen noch, den Squat hier noch abholen. Ein Panzer hat alles kaputt gemacht, wie immer. Komm, die Abkürzung, wir riskieren's! Die Abkürzung hat mir auf den Zweiten gewartet. Jawoll! Ich hab's riskiert und geschafft und bin trotzdem Siebter. Du warst doch Zweite, wie ist das denn jetzt passiert? Tja! Frag Gott Alu! Ja, wie ist das passiert? Das war die Letzte, ne? Das war die Letzte! Gut, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!